Wenn du in Oskars Kleid gehst, dann bist du für mal 90 Minuten lang oder so in den Schuhen meiner Figur. Das heißt, du begibst dich erst mal in diese Uniform von diesem Polizisten und denkst dir, was macht der da und so weiter. Und dann verstehst du total, ach fuck, ja stimmt. Und wirst reingesogen und verbringst mal 90 Minuten mit Problemen, die du eigentlich nicht hast. Und lachst mein Gelächter und weinst meine Tränen oder mit Vincent Wilmeer oder mit allen Filmen. Du verbringst ein bisschen Zeit in den Schuhen von jemand anderem, was Romane auch machen und so. Und jetzt checke ich das wieder. Das ist so krass wichtig. Und das geht irgendwie so ein bisschen verloren. Gerade eben in dieser zugespitzten, gegeneinander gerichteten Zeit. Klammer auf, in der Mitte der Gesellschaft ist sie wahrscheinlich gar nicht so zugespitzt. Aber da, wo du und ich uns bewegen, in meiner Wahrnehmung ist es sehr zugespitzt. Da finde ich genau das, dass du einfach nur die Geschichte erzählst und einfach da reingehst und das aus den Augen dieser anderen Person und damit mitfühlst. Und dann gehst du raus und hast es auf jeden Fall mal kurz im Herzen. Und bei Vincent zum Beispiel war das ganz stark, bei Vincent Wilmeer, dass Leute dann rausgegangen sind und ich glaube, sie haben da mit anderen Augen, wenn sie jemanden mit Tourette gesehen haben, haben sie das mit anderen Augen gesehen. Und das ist ein ganz kleiner Effekt. Aber das ist doch total toll. Und deswegen finde ich das auch, da bin ich wieder, bei der mir sympathischeren Linken und dem Fehler, den sie machen, finde ich das ganz, ganz, ganz schwierig zu sagen, du darfst nicht mehr andere Geschichten erzählen als die deinige. Weißt du? Also das ist übergriffig. Wenn du, also hey, dann gäbe es keine Weltliteratur. Also wenn ich nur meine Geschichte erzählen könnte, dann wäre sie lange, lange auserzählt und auch nicht besonders spannend. Also wenn ich nicht mehr die Chance habe, mich in andere reinzuversetzen und mir eine Geschichte auszudenken, dann nehme ich uns was, das grundsätzlichste Mittel des gegenseitigen Verständnisses weg. Ich habe neulich ein Interview gehört mit Tom Hanks. Ich weiß worauf du ihn hast. Oder Philadelphia. Und was für mich ja so, und ich finde, du bist, ich vergleiche das ein bisschen, weil du meines Erachtens trojanische Pferde baust. Und für mich war Philadelphia so, so der krasseste, das krasseste trojanische Pferd, was es irgendwie gibt. Zu sagen, Homosexualität, HIV. Und davon hatte ich damals überhaupt gar keine Ahnung. Eher so, oh Gott, was ist das? Und dann durch diese Geschichte mitfühlend, jemand verliert seinen Job. Damit können wir relaten. Das kennen wir vielleicht von den Eltern und so weiter und so fort. Und dadurch ist das irgendwie menschlich geworden und ist so populär geworden, weil es eben auch Tom Hanks war. Weil es Tom Hanks war. Und er hat aber gesagt, er könnte das jetzt nicht mehr spielen. Nein, natürlich nicht. Und weißt du auch, könnte er jetzt auch nicht. Könnte er auch nicht. Ja. Und findest du das richtig, dass er es nicht mehr könnte, oder findest du es nicht richtig? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich richtig oder falsch, ob ich das bewerten kann. Und ich find's auf jeden Fall, ich find's auf jeden Fall schwierig. Weil uns ganz viel verloren geht. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Also ich hab mir mal so ein Roundtable angeschaut, da waren lauter Transfrauen, die gesagt haben, also am Ende haben sie gesagt, jetzt sind wir jemals dran. Wir dürfen ja nichts spielen und dann kommen mal gute Transrollen, die es nie gab und dann dürfen wir sie nicht mehr spielen. Und das ist nur wirklich ein Punkt. Ja. Verstehe ich. Aber das in der Totalität durchzufalten, heißt ja in seiner Konsequenz, dass jeder am Ende nur noch das spielen darf, was er eigentlich ist. Und das ist das Ende von Schauspiel. Also kann es ja keiner wollen. Also ich glaub, was man wollen kann, die ja jetzt da ist, nimmt viel größere Aufmerksamkeit für andere Art von Casting und das passiert auch jetzt auch. Und das ist die gute Seite. Aber es geht ja schon viel weiter als das, ja. Also damit ist es jetzt momentan noch nicht getan, sondern es ist wie so jetzt erst recht so ein Gefühl. Und das finde ich halt, das ist der Schritt zu viel, der ist halt dann wieder schwieriger gemacht, weil das kannst du nicht bis zur Konsequenz durchziehen. Das wird es nicht, das geht nicht. Du machst das kaputt. Du machst Geschichten erzählen. Unmöglich. Es gibt ja ein, zwischen Vincent Wilmer und Oscars Kleid liegen jetzt zehn Jahre ungefähr. Machst du aufgrund dieser neuen Betrachtung, machst du die, hat sich da irgendwas an deiner Art, wie du solche Filme machst? Weil das geht in deinen Figuren oft eben auch um, ich mache das jetzt in Anführungszeichen, andere Menschen. Also und du sagst das ja auch, du setzt dich, also ich setze mich Außenseiter-Gefühl. Außenseiter-Gefühl, genau. Und das, du sagst ja auch, ich, wenn ich einen Film von dir gucke, dann sehe ich in dem Moment, oder bin ich in den Schuhen dieser Person, so hast du es gerade genannt. Und bin eben, merke, was es bedeutet, ein Tourette zu haben, merke vielleicht, was es bedeutet, um mein Leben zu kämpfen, eine Krankheit zu haben und, oder mich den Konsum zu sehr hingegeben zu haben, was auch immer. Und jetzt eben auch zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob mein Geschlecht zu dem passt, wie ich gelesen werde. Ja. Machst du die Sachen anders? Also guckst du anders hin? Ja, glaube ich schon. Also, witzigerweise war es mit Vincent damals auch schon ein Thema. Also jetzt nicht, ob ich es spielen darf oder nicht, aber ob es den Film überhaupt geben darf. Inwiefern? Vor, bevor Vincent rauskam, gab es einen großen Widerstand aus der, aus der Tourette-Community dagegen. Also, aber witzigerweise nicht von den Leuten, die Tourette haben selber, sondern von den Angehörigen. Und da, wir haben wirklich so Zuschriften bekommen, ey, wenn ihr diesen Film macht, stehen wir mit, mit Flugblättern vor dem Kino und sagen, geht nicht rein. Und jetzt, im Nachhinein Gott sei Dank haben wir ihn gemacht, weil jetzt ist er quasi mehr oder weniger so, so ein Aushängeschild für die Community. Ja. Und, wenn es einen Schauspieler gäbe, der Tourette hätte, würdest du jetzt sicher einen Schauspieler besetzen mit Tourette. Ja. Ja. Obwohl das ja auch wieder, wenn man ganz ehrlich ist, ein Akt ist, weil in einem Film musst du eine Szene wiederholen und dann hast du Tourette, wann der Film das halt braucht und das hast du im wirklichen Leben nicht. Also, das ist alles ein Fake dann, weißt du? Das ist eine Art, wie wir halt Filme machen oder wie es so, wie es funktioniert. Hier jetzt, na klar zum Beispiel war das, also würde ich jetzt Trans spielen, weiß ich nicht. Das ist wirklich ein gefährlich, ein spannendes Thema, müsste ich mir lange Gedanken drüber machen. Und nicht, weil ich irgendwie Angst hätte davor, dass es da einen Backlash gäbe oder so. Also das hast du nicht. Also es geht nicht um die Angst, also es geht nicht um die Angst von außen, also es geht nicht um, wenn du dir, wenn du dich mehr damit beschäftigst, mit dieser, mit einer Thematik, wir hatten es erst, zu sagen, okay, das ist jetzt, wir beschäftigen uns mit Transmenschen und das ist, es geht nicht um, es ist nicht transsexuell, das musste ich auch lernen, sondern es ist ein Transmensch, weil es eben nichts mit der Sexualität gezogen hat. Nein, es ist nicht das Begehren. Genau. Es ist die Identität. Genau, die Identität oder das Geschlecht. Ja. Und das sind ja Sachen, die man jetzt viel genauer sich angucken, angucken muss einfach, glaube ich, oder? Ich finde das toll. Ja. Also das ist, was ich meine, das ist ja alles, das ist ja alles toll und tatsächlich glaube ich auch, dass es auf eine Art, schau mal, wie lange die Schwulen gebraucht haben, also wie lange das gedauert hat und diese ganzen Bewegungen und das geht jetzt ja viel schneller. Ja. Ja, das ist, also ich würde mal auch auf das Positive gucken, ja, dass wir da haben und die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, die selber trans sind, haben da vielleicht sogar eine größere Lockerheit, weißt du, musst du dir angewöhnen, das ist erst mal ein hartes Brot mit der Umwelt da umzugehen, du musst dir eine gewisse Art von Humor anerziehen und damit umzugehen, was ich bewundernswert und toll finde. Also ich möchte mal eher die positiven Seiten sehen, nicht mal nur die Angst, ja, also klar hätte ich Angst vor einer Sozialkontrolle oder Respekt, ja, ich weiß das, dass das ein Ding ist, deswegen würde ich das wahrscheinlich jetzt daher vielleicht eher nicht machen, aber ich finde es aber auch erst mal positiv, dass man erst mal sagen würde, hey, lass doch mal gucken, ob es jemanden gibt, der das spielen kann, der das auch in sich trägt, trotzdem würde ich immer die Unterscheidung dort machen, wie gut, als schauspielerisch, wie gut ist die Person. Du würdest aufs Handwerk gucken oder auch, ich finde, dass das auch immer noch, weißt du, wir sind nicht alle gleich toll in unserem Handwerk, weißt du, und das ist auch noch eine Kategorie, kann jemand toll spielen, weil wenn du dann jemanden suchst, also das ist nämlich die Realität beim Casting, der eine bestimmte, der jetzt was Bestimmtes erfüllen muss, dann ist es gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der dann aber auch halt gut spielt. und dann ist es auch ein Standard, ist, es ist, Vielen Dank.